Fortschritt ist bei uns mehr als nur ein Wort. Es ist eine über 135-jährige Tradition und ein Versprechen an unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner, uns und unsere Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Als marktführendes Unternehmen für geldverarbeitende Systeme und ganzheitliche Bezahllösungen planen, bauen und programmieren wir unsere Produkte und Software eigenständig und bieten Komplettlösungen aus einer Hand rund um die Bezahlung und Abrechnung. Wir handeln nicht nur der Umwelt gegenüber nachhaltig, sondern auch gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern. Dieses Ziel bestimmt das Design, die Entwicklung und Herstellung sowie den Lebenszyklus unserer Produkte. Mit innovativer Anwendungssoftware setzen wir neue Standards. Diese wird von unserer eigenen Softwareabteilung mit den Kunden realisiert und weiterentwickelt. Wir integrieren unsere Hardwarelösungen individuell in vorhandene IT-Landschaften und ermöglichen durch unsere cloudbasierten Lösungen eine standortübergreifende Vernetzung. Selbstverständlich können diese auch flexibel als Software-as-a-Service-Modell gebucht werden. Als zertifizierter kaufmännischer Netzbetreiber bieten wir zusätzlich alle Dienstleistungen rund um die digitale Zahlungsabwicklung an. Dabei ist Qualität stets der Maßstab, an dem wir uns und unsere Produkte, Lösungen und Services messen. Made in Germany ist bei uns kein leeres Versprechen. Unsere Geräte werden am Hauptsitz in Markstadt bei Stuttgart entwickelt und produziert. Respekt, Fairness und Verbindlichkeit sind die Grundlage für ein effizientes und innovatives Arbeitsumfeld. Durch moderne Produktionsmethoden und optimierte Prozesse profitieren unsere Kunden von einer hohen Zuverlässigkeit und Liefertreue. Unsere Hard- und Softwarelösungen sind weltweit gefragt. Banken und internationale Anbieter von Geldautomaten setzen auf unsere State-of-the-Art-Münzlösungen. Unsere Kassenautomaten, Zahlungsterminals und Cash-Handling-Lösungen ermöglichen der öffentlichen Verwaltung, Energieversorgern, Bibliotheken und dem Handel eine einfache und sichere Abwicklung aller Bezahlvorgänge. Mit einem flächendeckenden Service-Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen wir unsere Kunden direkt. International können diese auf ein etabliertes Partnernetzwerk vertrauen. Von der Installation über die Wartung und Instandhaltung bis hin zu Software-Updates und telefonischer Beratung, wir sind stets vor Ort und nur einen Anruf entfernt. Unsere Servicetechniker werden in unserem eigenen Trainingszentrum geschult und sind einer unserer kundenbindenden Erfolgsfaktoren. Hess gehört zur international tätigen Gauselmann-Gruppe und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Österreich und in der Schweiz vertreten. Qualität ist unser Maßstab, Nachhaltigkeit ist unsere Verantwortung, Fortschritt ist unsere Tradition. Mehr Sekunden, eine Anruf Elekthuhelmann-Gruppe und in derverts